Lande bei einem Brennpunkt. Also wenn ihr im Battle Bus seid, öffnet die Karte, schaut jetzt nach, welche Orte bei euch mit gelben Namen angezeigt werden. Das wären die Brennpunkte. Bedenkt, die Brennpunkte ändern sich von Runde zu Runde. Ihr müsst insgesamt bei einem Brennpunkt landen und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Setzt euch am besten durch die Markierung. Sobald ihr dann durch gelandet seid, habt ihr die Aufgabe auch schon erledigt.